Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute, ich zeige euch heute so ein paar tolle Home-Accessoires und Deko-Sachen, die ich zu letzter Zeit gekauft habe. Denn ich habe etwas entdeckt, was viele von euch wahrscheinlich schon vor Jahren entdeckt haben. Und zwar, das ist dieser schöne Laden namens Xenos. Ich habe immer gedacht, was labert der Xenos? Bin dran vorbeigelaufen und habe gedacht, was ist das für ein Billig-Laden mit seinem Billig-Logo hier und da. Auf einmal sehe ich immer mehr Posts und Leute, die mir verschiedene Sachen schicken. Und dann habe ich im Internet ein paar voll die tollen Deko-Sachen gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, woher ist das bitte? Und dann haben mir einige gesagt, das ist von Xenos. Dann habe ich nämlich auch rausgefunden, dass bei mir in der Nähe auch ein Xenos ist. Und da bin ich ja gleich ausgefreakt und sofort hingerannt. Dann bin ich mit meiner Schwester Julia da mal hingegangen, um einfach mal so ein bisschen zu stöbern, was es so gibt. Und natürlich haben wir den halben Laden gekauft, ging ja nicht anders. Wie ihr vielleicht wisst, ist Kupfer und grafisches Zeug total in zur Zeit und auch total mein Geschmack. Ich mag dieses Industrial und Grafische sehr, sehr gerne. Und da gab es bei Xenos auch eine super tolle Auswahl. Und die liebe Lisa Marlene hat mich da schon ein bisschen scharf gemacht, denn sie war vor mir auch schon bei Xenos und hat sich da mal ganz, ganz tolle Sachen gekauft, die ich natürlich dort dann auch gesucht habe, weil ich die auch haben musste. Und zwar geht es dabei um so kleine Drahtsachen wie dieses hier. Das ist so süß. Und dummerweise gab es nur noch ein einziges in meinem Xenos. Meine Schwester hat das gleiche noch in weiß gekauft, aber ich wollte diese schöne Kupferfarbe, die sehr gut auch zu meiner Einrichtung passt. Denn ich habe außerdem auch von, die habt ihr vielleicht schon vorher mal gesehen, ich habe diese ganz tollen Kerzenhalter von H&M. H&M Home, die sind auch in so einem Kupferton und die sind auch eben so ganz, so ganz minimalistisch eben so mit diesem Draht. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil nennt, helft mir mal in den Kommentaren, wenn ihr da besser informiert seid. Und zwar hier ist es genauso, das ist ein ganz feiner Draht, der eben sehr, sehr schön grafisch gearbeitet ist. Wie mein Hund da vorbeischleicht, weil er denkt, er ist zu laut. Gib bitte auf deinem Blatt, okay? Gut, dann nehme ich ihn halt auf den Schoß. Und man kann das echt super schön dekorieren, neben einer schönen schlichten Vase mit Blumen zum Beispiel. Hier kann man natürlich auch eine T-Kerze reintun oder eben mit anderen schlichten Sachen, wenn man so ein bisschen Stil-Mix machen will. Echt sehr, sehr schön. Und wo wir schon bei diesem Stil waren und mit diesem Drahtzeug, habe ich mir auch noch zwei Drahtkörbe gekauft. Nebenbei, die Preise sind so krass erschwinglich. Ich blende sie euch noch mit ein, da werdet ihr umfallen. Als Lisa Marlene mir erzählt, ich so, ja toll, wie viel kostet das wieder? Kostet hier so ein Teil hier 20 Euro, das ist mir viel zu viel. Und dann hat mir die Lisa auch mal gesagt, wie günstig ist das nicht, dass das so 3, 4, 6 Euro kostet. Und da habe ich gedacht, red nicht weiter, ich fahre gleich los. Da habe ich mir hier diesen mittleren Korb geholt. Den kann man auch super schön, wenn ihr möchtet, könnt ihr es natürlich als Obstkorb nehmen zum Beispiel. Oder ihr könnt dort Magazine reinstellen, eure Post sammeln, was weiß ich was alles. Und den gleichen habe ich mir da noch in groß gekauft. Also das sind die zwei Größen, die ich mir gekauft habe. Da gab es auch noch einen kleineren, noch ein mittleres und noch ein größeres. Und da kann man zum Beispiel auch, weiß ich nicht, was ich da noch reinmache. Ich muss ja erst mal gucken, was ich da noch reinmache. Und das hat zum Beispiel 4,99 Euro gekostet, der große. Überlegt euch das mal. Ich finde, das ist mega faire Preise, weil zum Beispiel bei Depot würde sowas mindestens 12,99 Euro oder sowas kosten. Echt mega. Und ich weiß es jetzt schon, dass ich sehr, sehr oft bei Xenos sein werde. Um bei diesem Kupfertrend zu bleiben, habe ich noch was ganz Tolles gefunden. Das fand ich auch super, super schön. Und zwar, das ist ein Lampshade, also so ein Lampenschirm. Der ist eben, also als ich das schon von Weitem gesehen habe, habe ich schon gesagt, aah. Und das ist eben so ein ganz schönes, glänzendes Kupfer. Und das ist so ein mittlerer bis kleiner Lampenschirm. Den werde ich auch in meinem Schlafzimmer so als kleines Statement, so als kleinen Hingucker platzieren. Und ist auch, hat so eine Öffnung für größere und kleinere Lampen. Und es ist so schön. Und da gab es auch tausend andere und ich konnte da fast gar nicht mehr rausgehen. Ich musste mich so zusammenreißen, da nicht alles zu kaufen. Dann als nächstes habe ich noch so ein paar kleinere Deko-Sachen, die so ein bisschen individueller sind. Und zwar gab es da auch diese kleinen Pappbuchstaben. Eben in jedem Buchstaben. Das sind so Pappmaché-Dinger, die man so dekorieren kann. Dann habe ich mir überlegt, was für ein Wort mache ich daraus. Jetzt Home oder sowas war mir zu langweilig. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann ich das überhaupt hinstellen? Ich habe ja natürlich einen kleinen Hund und sein Name wird für alles ausgeschlachtet. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach seinen Namen. Dann habe ich hier ein J, A und Y und zwar J. Und das kann man auch sehr schön hinstellen und dekorieren. Da kann man auch, wenn man möchte, kann man da auch noch so kleine Lampen reinmachen. Alles mögliche, so Leuchtbuchstaben draus machen. Lichterketten rein, wenn man geschickt genug ist. Oder man kann das eben super schön anmalen mit Glitzer, mit Folie, mit allem möglichen. Und ich habe mir überlegt, ich will da so eine kleine Statue oder so ein kleines Dings bauen, dass ich die so aufeinander stabe, so ein bisschen kreuz und quer und das dann so neben J's Essens Station stelle, dass er so ein kleines, ja ich weiß nicht, ich übertreibe alles, lalala, aber mir macht sowas Spaß. Und dann kann man da sowas draus machen. Natürlich kann man das auch schön irgendwo hin dekorieren, aufs Bücherregal, wenn da irgendwas bestemmt ist oder eure Anfangsbuchstaben oder von euch und eurem Freund und so weiter. Dann könnt ihr das natürlich auch machen, sie individuell dekorieren. Und zu diesem Zweck, ich habe mir dann auch wirklich überlegt, ob ich das vielleicht mal mit so ein bisschen Glitzer drauf schmieren will oder wie auch immer, habe ich mir noch Maud Pouch gekauft. Das ist so ein Kleber, den kenne ich eigentlich nur aus den USA. Und ich finde es auch ganz schön, dass die so internationale Sachen dort haben. Die haben sogar so eine kleine Essensabteilung mit asiatischen Snacks und so weiter. Und auch ganz viele Sachen, die ich nur aus England oder den USA kenne. Wirkt wirklich sehr interessant. Und das ist eben Maud Pouch. Das ist so ein wasserbasierter Kleber. Das kann man, oder das ist auch so ein Versiegler, Finisher. Das kann man nehmen und mit Glitzer mischen und dann zum Beispiel das hier anpinseln. Dann trocknet das durchsichtig und man sieht halt eben nur den Glitzer. Das gibt es in glänzend oder matt. Ich habe hier die matte Version gekauft. Ich habe gedacht, das kann man immer mal gebrauchen und es war auch nicht teuer. Als nächstes war ich noch so ein bisschen in der Elektrolampenabteilung unterwegs. Und wie ihr vielleicht wisst, sind jetzt gerade diese Edison-Lampen, werden sie glaube ich, Glühbirnen werden sie glaube ich genannt. Und ich habe hier ein richtig cooles Prachtexemplar gefunden. Ich finde diese Lampen generell sehr cool. Ich habe auch schon eine ganz, ganz kleine. Die sieht so aus. Und das sind so Lampen, die aussehen wie so Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Glühbirne gerade so erfunden war. Und sie noch so ganz große, diese Leuchtfäden drin hatte. Und das sind eben verschiedene Größen. Und die hier ist echt besonders cool, weil die eben riesig ist. Die ist fast so groß wie mein Kopf. Und ich habe auch was ganz Besonderes vor mit diesen Lampen. Denn die passen für mich ganz gut in meinen Stil hier rein. Dieses Industrial und so ein bisschen Modern. Da habe ich auch was Cooles vor und ich hoffe, das funktioniert auch. Zu meinem kleinen Projekt passend habe ich mir noch so eine kleine Fassung geholt. Und zwar, das ist eine Lampenfassung, die kann man normalerweise an die Decke hängen. Das muss ich aber dann noch mit jemandem, der sich so ein bisschen mit Elektrik auskennt, zusammenarbeiten. Und das so umfunktionieren, dass man das später in die Steckdose reinstecken kann. Aber macht das bitte nicht alleine. Ich selber suche mir da auch Hilfe bei jemandem, der Elektriger ist und da ausgebildet ist. Und zwar werde ich dann diese Lampen, zum Beispiel diese kleine hier mit der kleinen Fassung, kann man hier reindrehen. Und dann könnt ihr da, so wie ich, irgendwelche Sachen draus gestalten oder basteln. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und als nächstes habe ich als alte Instagramerin noch so ein paar total Instagram-wertige Deko-Sachen gekauft. Und zwar einmal diese schöne Tablett hier oder Servierplatte, wie man es nennen will, aber die ist so toll. Ist eben auch ein sehr, sehr schönes, grafiges, so ein Barbenmuster. Und es ist eben so eine sehr sechseckige Platte. Gab es auch in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben. Und ihr wisst, ich bin total der Türkis-Fan. Deswegen durfte die Türkise bei mir mit. Was ich damit dann machen werde, ich werde meine Parfums darauf stellen und das dann in meinem Ankleidezimmer schön als Display nehmen. Weil ich finde, das sieht sehr schön ordentlich aus, wenn die Parfümflaschen auf so einer kleinen Tablett oder Platte sind. Und dafür ist es echt perfekt und das passt auch super in mein Ankleidezimmer. Und dann für Instagram-Drink-Displays habe ich noch dieses Glas hier gefunden. Der Deckel ist sehr, sehr hässlich, muss man sagen. Aber das Glas an sich ist sehr schön. Es ist wie so ein Mason-Jar-mäßig mit so einem kleinen Hänkelchen. Und dann kann man so ganz stylisch seine Limonade im Sommer daraus trinken. Oder so schön dekorieren mit einem futscheligen Fell unten drunter und tolle Instagram-Posts machen. Es ist für mich so eine typische Tumblr-Instagram-Sache. Und es ist eben, ich finde die ganz toll. Und die waren auch sehr günstig. Ich habe mir auch überlegt, ein paar mehr zu kaufen. Wenn man so ein paar Grillpartys oder Grillfeiern macht, ist es ganz lustig, wenn man den Leuten dann die Drinks in solchen Bechern anbieten kann. Ist halt was Besonderes. Und den Deckel kann man notfalls da auch noch mit drauf machen. Finde ich jetzt nicht so schön. Es wäre cool, wenn das so ein silberner Deckel wäre oder sowas. Dann fände ich es noch sehr schön. Aber es war auf jeden Fall sehr günstig. Und wie gesagt, sehr aktuelle Sachen gibt es bei Xenos, die man wirklich auch jetzt sucht und öfters sieht. Und dann gibt es sie direkt bei Xenos. Und das fand ich sehr, sehr gut. Bei Depot habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten gefunden. Und zwar das hier. Das musste ich natürlich gleich kaufen. Da steht drauf, Beauty is my Business. Und das hat so ein bisschen zu mir gesprochen, weil Beauty ist ja auch mein Business. Und dann mache ich den ganzen Tag. Habe ich viel mit zu tun. Auf YouTube auch. Und dann habe ich mir noch diese Körbe hier gekauft. Und wenn ihr das... Nein, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber ihr werdet es bald sehen in meiner Ankleidezimmertour. Da habe ich nämlich im Ankleidezimmer Vorhänge, die dieses schwarz-weiße Chevron-Muster haben. Und da habe ich diese Aufbewahrungskästchen, Körbe gefunden, die eben das gleiche Muster haben. Die sind innen mit Gelb, was noch so ein bisschen so einen kleinen Farbtupfer mit reinbringt. Da kann man auch ganz verschiedene Sachen mit reinmachen. Zum Beispiel hier könntet ihr zum Beispiel eure Make-up- oder Lidschattenpaletten drin aufbewahren. DVDs, CDs, was weiß ich, lauter Kleinkram, den man irgendwo unterbringen will, dass es so ein bisschen ordentlicher aussieht. Das waren auch zwei Stück. Ein größerer und dieser kleinere. Und dann habe ich noch so ein paar schöne Bilder gefunden. Den Style finde ich auch ganz toll. Da habe ich diese hier gefunden. Das ist ein Dreier-Set. Und da hier steht zum Beispiel drauf, Life is no sugar licking. Und das sind solche drei Bilder, die so ein bisschen denglig sind, was ich ganz lustig finde. Da ist noch eins dabei. Das heißt, You are on the woodway. Und Now we have to sell it. Und das finde ich ganz lustig. Und ich werde die, glaube ich, in meinem Gang mit den passenden Rahmen aufhängen. Und dann habe ich noch welche, da fand ich einfach die Schriftarten sehr schön. Das mit so kleinen motivierenden Sprüchlein. Was steht da drauf? Believe you can and you will. Und die anderen beiden, Be as happy as possible and be yourself, everyone else is already taken. Und die finde ich ganz süß, diese Sprüchchen. Da werde ich mal gucken, ob ich die kombiniere und meinen ganzen Gang so total vollhängen. Und ich hoffe, das sieht dann auch ganz gut aus. So, dann war es das schon. Mein kleiner oder mittelgroßer Xenos und Depot-Deko-Haul. Wenn ihr zum Beispiel noch ein paar tolle Ideen habt, wo man schöne Deko-Sachen bekommen kann, die vielleicht auch recht günstig sind, dann schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Ich glaube, das interessiert immer jeden. Denn, ähm, ja, wir gestalten ja auch alle dauernd unser Zeugs mit um. Hundi! Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir sehen uns bald. Deko-Bilder könnt ihr mir auch immer gerne schicken, wenn ihr da was habt auf Instagram. Schickt technisch einfach in euren Bildern, wenn ihr schöne Ideen habt. Das würde mich sehr freuen, denn ich bin gerade auf so einer kleinen Deko-Phase, wenn man es vielleicht merkt. Ansonsten, äh, ja, höre ich jetzt mal auf zu reden. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Ciao! Aber ein bisschen hip-hop. Hip-hop? Tell Nori about me. Lord of the Rings. Sell Lord of the Rings. Um, I'm the selfish... Wie schön ich tanze. Was? I'm the most selfish person in the world. I'm the most selfish person in the world?